Das ist das 100. Jahr der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland. Ein Jahr, das ohne die 99 davor nichts wäre. Noch zu Lebzeiten unseres Gemeindegründers gab es ersten Kontakt nach Deutschland. Briefe an den Reichskanzler Bismarck und eine Frau namens Carola Mann gehen ein. Ende 1922 dann, der erste Imam kommt nach Deutschland. Die Gründung der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Die ersten Moscheen entstehen, erst Hamburg, dann Frankfurt. Aus zwei sind fast 80 Moscheen geworden, aus einem heute 55.000 Ahmadiyya Muslime. Eine eigene Imam-Ausbildung, ein Wohlfahrtsverband. Millionen Menschen in Deutschland kennen und schätzen die Ahmadiyya-Gemeinde und ihre friedlichen Lehren. Ich empfinde unheimliche Dankbarkeit, weil es uns am schlechtesten ging. Da waren eure Leute da. Das werden ich nie im Leben vergessen, was eure Gemeinde für uns getan hat. Liebe für alle, Hass für keinen, das könnte überall passen, aber es passt in ihrer Gemeinde eben ganz besonders gut. 100 Jahre Ahmadiyya Muslim Jamaat. Das sind 100 Jahre im Lichte des Koran und der Sunnah, also der Praxis des Propheten Mohammed und den festen Glauben an den einen Gott. Einen liebenden, barmherzigen, lebendigen Gott. Allah. In einer Zeit und vor allen Dingen in einem Land, wo Gott für tot erklärt worden ist, ist es natürlich wichtig, dass wir die Botschaft des verheißten Messias, a.s. in die Welt hinaus posaunen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine Gemeinschaft, die darin glaubt, dass der Messias und Mehdi, der von vielen Weltreligionen erwartet wird, bereits erschienen ist. Wir glauben daran, dass der Messias, a.s. in der Person von Hazret Mizarulam, a.s. erschienen ist. Wir verstehen die Wiederkunft als eine geistige Wiederkunft, ganz ähnlich wie im Christentum die Wiederkunft von Elias. Seit dem Ableben von Hazret Mizarulam, a.s. wird die Gemeinschaft von spirituellen Halifen geführt. Vier der fünf Halifen beehrten Deutschland mit einem Besuch. Und wie machen Sie Ihre Mission in Europa? Wir versuchen, das Herz zu gewinnen. Unsere Motto ist Liebe für alle, Liebe für alle, Liebe für alle. Whenever any of you stand in need of help, we pledge to be there to aid and assist in whatever way we can. In times of grief and despair, we will always be there to wipe away the tears of our neighbors and to support and comfort them. Der Islam als Friedensreligion. Für diese Botschaft stehen wir und werden wir geschätzt. Grüße zum 100-jährigen Jubiläum kommen aus ganz Deutschland. 100 Jahre Ahmadiyya Muslim Jamat, das ist wirklich auch ein bedeutendes Jubiläum, was stattfindet. Und hier sind unglaublich viele Menschen gekommen. Hier ist eine sehr freundschaftliche Atmosphäre. Ich finde auch großartige Eindrücke von der Arbeit, die geleistet wird hier auch in den vergangenen 100 Jahren. Und auch die Einblicke auch in die Entwicklung. Das war für mich hochspannend. Und ich bin vielen netten Menschen begegnet. Also von daher wirklich ein richtig toller Abend. Die Ahmadiyya Muslim Jamat feiert ihr 100. Dazu möchte ich Ihnen gratulieren und meine tiefe Anerkennung für Ihr zivilgesellschaftliches Engagement in unserer Gesellschaft auszusprechen. Das, was wir feiern, ist die Liebe zu Allah und zu unseren Mitmenschen und Mitbürgern. Nächstenliebe ist für uns gelebter Alltag. Wir helfen, wo wir können, spenden Blut, pflanzen Bäume oder laufen wie hier im Ahrtal, um den Betroffenen der Flutkatastrophe zu helfen. Zu sehen, dass es nach dieser unfassbar langen Zeit, wir reden jetzt 23 Monate nach dieser verheerenden Flutkatastrophe, schauen wir, wie viele Menschen hier sind, die sich immer noch in Gedanken machen, engagieren, weil es noch unfassbar viel zu tun gibt. Viele Menschen, die betroffen sind. Finde ich einfach großartig. Ich empfinde unheimliche Dankbarkeit, weil es uns am schlechtesten ging. Da waren eure Leute da. Da kommen einem heute noch die Tränen. Das werden Sie nie im Leben vergessen, was eure Gemeinde für uns getan hat. Die haben uns mit warmem Essen versorgt und wir waren ja mehrere Tage auch eingeschlossen hier. Und dann kam die Hilfe. Das war schon eine tolle Leistung. Krisen nehmen weltweit zu. Kriege oder Naturkatastrophen. Muslimische Helfer von Humanity First reisen in die Ukraine, zu den Erdbebenopfern in die Türkei oder unterstützen aktuell auch die Menschen im Nahen Osten mit Hilfsgütern und Nahrung. Unsere Aufgabe als Muslim ist in erster Linie den Menschen zu helfen. Den Menschen zu helfen in diesen schier ausweglosen Lagen, in die die Menschen sich hinein manövrieren. Und da ist es halt wichtig, so wie das Allah dem Propheten Mohammedsallahu alaihi wa sallam eben ans Herz gelegt hat, nicht nur dem Unterdrückten zu helfen, sondern auch dem Unterdrücker. Und das war ja immer etwas, was vielen Leute vor ein Rätsel gestellt haben. Aber gerade in dieser Krise, in die wir im Moment sind, ist es ja genauso wichtig, eben dem Leid der Palästinenser entgegenzutreten und dafür da zu sein. Genauso wichtig ist es eben dem Aggressor, zuerst der Hamas und jetzt eben Israel entgegenzutreten und dafür zu sorgen, dass dieses Leid nicht weiter verfolgt wird. Wir waren noch mitten im Krieg zwischen Russland und der Ukraine und plötzlich kommt ein neuer Konflikt im Nahen Osten hinzu. Laut Medienberichten wie der New York Times sind im Nahen Osten in weniger als zwei Monaten doppelt so viele Zivilisten gestorben wie in zwei Jahren Russlandkrieg. Unser spirituelles Oberhaupt, der Khalif Hazard Misa Masrur Ahmed, appelliert an das Gewissen aller Menschen, ganz egal auf welcher Seite sie stehen. Islam ist in den Krieg, auch in den Krieg, auch in den Krieg und Kinder, auch in den Krieg, auch in den Krieg, auch in den Krieg. Der Krieg ist nicht in die Krieg. Und das war der Nachfrage, der Nachfrage, hat auch sehr stark gefordert. Das war der Kudde, der nicht falsch ist. And this seems unruhig. Es gibt die tun. Was es auf der K памяти und zu einen dreamen, dann sind es er Wahst, die Kinder und die Kinder steigen, können es nicht so sein können. In dem dem Bibel von Herrn Kittab, seine Hörerin hat sich gesagt, dass damals nicht unterhebt ist. Nun sind das auch ein Großes oder ein Großes. Sie werden ein solches Bekommuner ausüben, mit dem Stellen zu einer Stelle. Sie werden mit den Städten gebrauchen aus den Fall einfluss mit den Fallen. Sie werden mit den Bekommunen durch die Ausnahme einfluss mit den Fortschritt. Sie werden mit den Ausbildern behandelt. Sie werden mit einer Art und Weise geschlossen. Sie werden mit den Medien verbreiten sehen und kommen. Sie werden mit den Muslimen Menschen mit Gewohnheiten geschlossen. Knapp einen Monat bevor der Krieg ausbrach, besuchte der Khalif Deutschland, um mehrere Moscheen einzuweinen. In Frankenthal etwa warnte er die Weltgemeinschaft schon damals. Und dann werden wir die Angst haben. Und dann werden wir die Herausforderungen, die in den Krieg werden, die in den Krieg werden, die in den Krieg werden. Das heißt, wir werden die Welt des Menschen mit ihnen beendet, und werden die Kinder werden, werden die Menschen weder Kinder in diesem Land gehen. So in dieser Stelle, wir müssen uns hierher versuchen, dass wir auch mit der Schlüssel und von kleinen Bindern auf den Bindern, dem wir auch mit der Liebe und der Liebe und dem Anwesen anwesenheit und das Leben, und wir werden auch über die Regime der Regime. Auch die Regime der Regime sind hier, ich sage das auch über die Regime der Arbeit, dass wir über die Regime der Regime der Regime Ich bin sehr, sehr positiv. Ich bin sehr angetarnt von seiner Heiligkeit, auch wie er den Koran rübergebracht hat. Ich muss sagen, er hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Für mich war der Islam bedrohlich. Heute habe ich gelernt, dass der Islam für Liebe steht. Und nicht für Hass, für Terrorismus, sondern für Liebe. Und deshalb verstehe ich jetzt auch den Satz von eurer Gemeinde, Liebe für alle, Hass für keinen. Zur Jahresversammlung, der Jalsa Salana in Stuttgart, spricht er zu Muslimen wie Nicht-Muslimen. Sie kommt unter dem Motto zusammen, Liebe für alle, Hass für keinen. Die muslimische Gemeinde Ahmadiyya. Die deutsche Ahmadiyya-Gemeinde feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Anfangs nur einige wenige, sind es inzwischen mehr als 40.000. Beim Freitagsgebet rückt alles Weltliche erstmal in den Hintergrund. Das geistliche Oberhaupt der weltweiten Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft, der Kalif, betet vor. Gebete sind es, womit wir Muslime helfen sollen. Gewalt ist keine Option. Islam does not permit Muslims to propagate their faith coercively through the abhorrent and destructive power of swords, bombs or guns, but instead calls on them to use reason, evidence and love to win the hearts and minds of mankind. Liebe statt Hass. Von den Moscheen, die eingeweiht werden, soll Frieden ausgehen. Doch wie sehen es die Nachbarn? In Florstadt begegnen wir offenen Menschen. Er soll seine Religion so ausüben können, wie er das gönnen möchte. Und in Florstadt, in der Umgebung, gibt es viele Muslime. Also sollten diese Menschen auch ein Gotteshaus haben. Ne, also ich finde es gut. Ich meine, ich bin ja eh für Multikulti und ich meine, Religionsfreiheit ist für jeden. Also von daher, wir davon ja auch gerne eine Moschee hinbauen. Wo immer der Kalif spricht, er erreicht die Herzen. Ich habe ja heute seine Heiligkeit nicht das erste Mal kennengelernt, sondern bereits vor acht Jahren bei der Kunststeinlegung. Und ich war damals schon sehr beeindruckt von ihm und bin es heute wieder. Ich finde, er ist ein sehr angenehmer Mensch mit einer sehr positiven Ausstrahlung. Das ist außergewöhnlich, jemanden, das weltweite Oberhaupt einer Religionsgemeinschaft treffen zu können und hier zu sein und auch seine Ansprache zu hören. Er ist ein sehr beeindruckender Mensch und ich fand es sehr toll, dass ich auch die Ehre hatte, so lange mit ihm auch gemeinsam sprechen zu können. Seine Message, seine Botschaften waren sehr friedlich und auch die Energie, die er ausgestrahlt hat, die nehme ich mit nach Hause. Wir sehen es als unsere Pflicht an, über die friedliche Lehre des Islams zu sprechen und die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Wir leben in einem Land, in dem die Hälfte der Menschen Angst vor unserer Religion oder vor Muslimen hat, weil sie die Menschen und die Lehren für gewalttätig, extremistisch oder rückschrittlich halten. Nur durch Begegnung kann man diesem falschen Bild entgegenwirken. Und so stehen unsere Moscheen immer offen. Für uns selbstverständlich ist es für die Menschen, die uns besuchen, häufig die erste Erfahrung mit dem barmherzigen Lehren des Islam. Es ist immer besser, die Leute selbst zu fragen, die einer Religion zum Beispiel zugehörig sind, wie das funktioniert, wie Islam tatsächlich ist, als irgendwelche fragwürdige Quellen zu nutzen. Ich war noch nie im Gebetshaus von Moslems und ich fand es sehr, sehr interessant. Ich wurde hier sehr herzlich aufgenommen. Mir wurden alle meine Fragen erklärt. Der Ablauf, wie ist es hier mit Schuhen ausziehen, wie läuft ein Gebet ab, wie ist es mit den verschiedenen Reihen, wie ist es mit dem Iman. Das war sehr, sehr interessant. Ich habe viel dazu gelernt. Was mich immer wieder beeindruckt, ist die Gastfreundschaft, die einem da entgegengebracht wird, die Offenheit. Und dass man eigentlich sich gar nicht fürchten muss vor dem Islam. Die spirituelle Erziehung unserer Jugend steht im Mittelpunkt, denn wir wissen, welche Kraft die Seele entfalten kann. Doch auch die akademische Bildung kommt nicht zu kurz, beispielsweise auf Bildungs- und Berufsmessen. Mir haben die Stände von der Polizei und von der Maschinenwissenschaft am besten gefallen. Mir hat der Stand von der Bundeswehr sehr gut gefallen. Ehmedi-Schüler machen häufiger ein Abitur oder gehen studieren als der Bundesdurchschnitt. Männer wie Frauen. Wir sind ja auch die Ad الدotch diligence. Was die Ahmadiyya Muslim Jamaat auch so besonders macht, sie stellt die erste muslimische Frauenorganisation im Land. Diese kümmert sich um das Wohl von 20.000 Ahmadiyya Muslimas in Deutschland. Seele, Geist, aber auch Körper kommen nicht zu kurz. Es gibt nationale Turniere. Fahrradtouren unseres Fahrradclubs mit dem Motto Muslime für Frieden werden immer beliebter. Oder Bergwanderungen, die ganz hoch hinausgehen. Und wir sind Fußball-Europameister. Bei dem europäischen Turnier der Ahmadiyya Muslima haben wir dieses Jahr im Finale England geschlagen. Vielleicht ist das ja auch ein Vorbild für die Euro 2024. Wichtig, dass man auch gesund ist, dass man sich gut ernährt, dass man sich bewegt, dass man Sport treibt. Das hat immer schon auch zum Leben der Kalifen gepasst. Ich weiß, dass ich vom dritten, vierten und auch vom jetzigen Kalifen immer in dieser Richtung motiviert worden bin. Und ich glaube, durch Sport hat man auch die Möglichkeit, andere Menschen zu erreichen. Ehrenamtlich publizieren wir mehrere Zeitschriften. Höhepunkt zum Jubiläum. Es gibt nun alle über 80 Bücher des verheißenen Messias mit deutscher Übersetzung. Neben Zeitschriften gibt es das Radio Stimme des Islam und das TV-Programm. Unser deutsches Programm wird weltweit auf MTA International ausgestrahlt. Die Inhalte sind aber auch auf YouTube unter muslimtv.de zu finden. Unser Kinderstar ist dieses Jahr durch Europa gereist. 100 Jahre. Das war natürlich auch ein Grund zum Feiern. Bundesweit sind hunderte Freunde unserer Einladung gefolgt. Also natürlich ist unser Wunsch und unser Gebet, dass wir im zweiten Jahrhundert für uns hier in Deutschland eben eine weitere Friedensphase erleben, wie wir das in der Hälfte der Zeit im ersten Jahrhundert auch erleben durften. Die Menschen in Deutschland respektieren und schätzen die friedlichen Lehren der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Seit nun 100 Jahren sind diese Lehren gelebte Praxis in unserem Land. Es ist unser Glaube an Allah, den Propheten Mohammed, Friede und Segen Allahs seien auf ihm und an den vereißenen Messias, Friede sei auf ihm, der aus uns jene friedlichen Muslime macht, die sie kennen.